Horneburg liegt so schön mittendrin. Stade, Buchse, Hude, das alte Land, dann haben wir oben noch Hasefeld. Dieses Gebäude passt hervorragend zu unserem Betrieb, so ein bisschen mit diesem rustikalen Charme, mit dem Backstein, mit der Rampe vorne dran. Wir stehen hier mit den Leuten, sei es große Führung, sei es kleine Führung. Es gibt einen kleinen Schnaps dabei zu trinken. Hier auf dieser Anlage entstehen alle Produkte, die vorne im Laden stehen. Sei es Getreide, sei es Kartoffeln, sei es Äpfel, sei es Zuckerrügen und, und, und. Das ist jetzt der Grundstoff für unseren Brotbrand. Den stellen wir ja her aus Brot vom Vortage und das haben wir jetzt eingemaischt. Das sind Angebote, die wir bisher nur bei uns auf der Homepage haben, für Einzelpersonen, die sich zu einem Termin anmelden können, bis zu 20 Leute. Immer zwei Leute teilen sich eine Destille, wenn die später bei uns sind. Wir stellen den Alkohol zur Verfügung. Jeder nimmt sich von den Zutaten ein bisschen was und destilliert sich selber seinen eigenen Schnaps. Wir als Nordic sind dann natürlich auch immer gerne mit dabei, so ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, mal eine Verkostung organisieren oder, oder. Und wer möchte, kann dann natürlich auch Touren durch das Fasslager buchen. Das ist ja doch immer eine ganz, ganz schöne Atmosphäre in so einem Fasslager. Das ist ja doch immer eine ganz schöne Atmosphäre in so einem Fasslager.